Hallo zusammen, da bin ich wieder. Ich wollte euch was fragen, nämlich was macht ihr, wenn es regnet? Das ist eine blöde Frage wahrscheinlich. Ich habe immer das Problem, dass ich furchtbar ungern Regenschirme benutze und wenn ich sie benutze, dann vergesse ich sie meistens irgendwo. Deswegen ist es meistens so, wenn das Wetter so ist wie heute und es regnet eigentlich schon seit ein paar Tagen und ich frage mich, welche Jahreszeit wir gerade haben, aber eindeutig nicht Winter. Und ja, so ist es, dass ich dann unbedingt einen Hut trage, wie ihr sehen könnt. Und das rettet mich teilweise vor dem Regen, aber nur so lange, bis der Hut nass ist. Und diesen Hut habe ich heute aus der Reinigung abgeholt. Er war super, schön sauber gemacht, in Form gebracht und sah eigentlich wie neu aus. Und das Problem ist, dass er jetzt wahrscheinlich wieder aussehen wird, als hätte ich ihn irgendwo in einem Secondhand geholt. Also erzählt ihr erstmal, was haltet ihr von Regenschirmen und ob ihr welche benutzt. Und wenn ja, wie oft vergesst ihr sie dann irgendwo. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!